Hey, ich wünsche euch frohe Ostern. An diesem Ostertag habe ich ein Lied ausgewählt, was uns Zuversicht und Hoffnung vermitteln kann. Das Lied heißt In diesen Tagen. Ich habe es vor einiger Zeit mal mit Freunden aufgenommen. Die nehme ich jetzt mal zur Hilfe. Ich habe es vor einiger Zeit, Du bist klar, du schenkst Zuversicht. Wir kündigen deine Botschaft in der Welt, in dieser Welt. Herr, du führst uns, Herr, du führst uns, Herr, du führst uns auf den Weg der Menschlichkeit. Du gibst Zeichen, du bist Licht für uns. Wir folgen deinem hoffnungsvollen Stern, dem hellen Stern. Komm, wir schließen, komm, wir schließen, komm, wir schließen einen neuen Friedensbrot. Über Grenzen, über Länder hin, ein Friede, der die Welt zusammenhält, der uns ein. und die Welt, Jäger, im Liedern von 13 Jahren, bis zum nächsten Mal im Liedern mit dem Liedern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020